ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Das noch einer, oh ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe kein Ziel Ähhhhh, Kettle Nein, danke Klar, das bin ich nicht Gut, hattest du schon die Abbruch Was soll denn hier Okay Da würf ich mal drauf Und ich bekomme es Auch wenn es mir nichts bringt Weil, ich eh eine bessere Sache Aber ich könnte das hier nicht auf Zonshaus stellen Noch nichts bereit Gibt mir die Abbruch Und diese Fähigkeit Ich habe wenig Energie So, das loote sich hier auch alles schön Wahrscheinlich auch an Instanzen angepasst Dieses Loot System Dass man nicht jeden Fingern einzutreten muss Das ist nämlich auch angenehmer Wieso, das kann ich nur Jetzt hab ich schon wieder die Akku Noch nichts bereit Nicht bezüglich Nicht genug Energie Nimm mir die Akku Ich bin gleich tot Ich mach das noch nicht zu Danke So, das brauch ich auch nicht Man, ganz ehrlich Wir haben ein Tank dabei Und dann kann ich mal ordentlich die Akku halten Das nehm ich Diese Fähigkeit ist noch nicht verraten Das nehm ich Das nehm ich Das ist sogar noch ne Verbesserung Ich kann das nicht anreifen Ich kann das nicht anreifen Ich kann das nicht anreifen Was ist das dann schön Wieder hier schön abgestaubt Nur frage ich mich gerade Was ist jetzt gleich Bist du, wenn die Instanz fertig ist ? Also wo ich dann gelandet bin Oder ob ich Fallschaden bekomme ? Oha ! Ich habe zu wenig in Erdichtung. Äh, so hoch genug in Erdichtung. Ich muss jetzt erst noch etwas anvisieren. Jetzt nichts. Die geben mir noch die Quests ab. Die habe ich aber alle schon gemacht. Habe ich hier irgendwie noch etwas bekommen? Nee. Passiv, 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 passiv. Nee. Ja, ich bin nur der Anführer der Gruppe. Was soll ich denn damit? Ich bin ja auch die Instanz verlassen. So, Instanz 1 haben wir. Das ist gut. Ach, ich flieg dann weiter. Ah, gut. Nicht, dass ich dann einfach runterfalle und dann noch Millionen von Fallschamen bekomme. Ah, wie schön. Instanz 1 ist fertig. Hat dann doch noch geklappt. Also zumindest das konnte ich wiederholen. Wo ist er denn? Äh, nee. Ich will... Nicht greifen, Meister. Ich will... Das. Erste Hilfe. Okay. Seid vorsichtig. Nein, nicht Chat. Ach so, okay. Seid vorsichtig. Ich will denn unbedingt mein ganzes Zeug da mal wegmachen. So, da können wir auch gleich rein. Ist das irgendwo hier so? Oder... Wo... Da so, ja? Was ist so da drin? Priesterlehrer? Was soll ich denn damit? Paladinlehrer? 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 Paladin... Lehrer. Für Erste Hilfe! Wie geht's? Ich will das da lernen. Wie geht's? Ich will das da lernen. Mögen die Reisen sicher sein. Ja. Genau. Äh. Nee, das wollte ich gar nicht. Äh. Mein... Auge. So. Wo haben wir jetzt die Erste Hilfe? Ach so. Muss ich das so aufrufen? Scheinbar schon. Alleinverbänden. 125. Äh. Äh. Ja. Machen wir alles. Kann jetzt ein wenig dauern. Ja. Das ist äh. Ja. Spannend. Ziemlich spannend. So was zuzusehen. Ich glaub das kann man auch abbrechen, wenn das dann gar nichts mehr bringt. Das ist jetzt schon grün. Ich glaub wir brechen das mal ab. Äh. Der Ton ist vielleicht nochmal irgendwie... Ein schweren. Man sieht sich. Wenn wir so weitermachen. Dann können wir ja auch gleich äh... Gleich schon mal unsere Erste Hilfe ein bisschen hoch stufen. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Gleich haben wir das nämlich schon auf 75. So. Jetzt brechen wir das mal ab. Wir haben das nämlich jetzt auf 75. Das würden uns wertvolle Erfahrungen verloren gehen. So. Dann holen wir uns das. Ach dann. Hallo. Schönen Tag auch. Dann gehen wir wieder in Erste Hilfe rein. Ach. Oh. Kernfähigkeiten. Äh. Okay. Das seh ich hier. Toll. So. Dann. Wieder alles erstellen. So. Ist jetzt schon auf Gelb. Können wir jetzt... Schönen guten Tag. Wollverband Gegengift. Wollverband Gegengift. Wollverband Gegengift. So. Jetzt haben wir ja schon mal hier... Ziemlich was gemacht für unsere Erste Hilfe. Wollverband mit Wollstoff. Wollverband mit Wollstoff. Wollverband mit Wollstoff. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, ich installiere demnächst mal wirklich ein Add-on für die Taschen. Das ist ein bisschen irritierend, wenn ich hier immer so Einzeltaschen habe. Wollverband. Wollen wir alle erstellen. Ich kann mir ja gleich wieder die nächste Stufe von Erste Hilfe holen. Nur weil wir so viel gesammelt haben. Können wir uns noch einen Leinverband machen? Machen wir mal. Gegengift. Ach, haben wir ja nichts. So. Komm, können wir uns für die Liste... Braucht ihr etwas? Nein, da brauchen wir 125. Nein. Aber wir können... Schwerer Wollverband können wir uns holen. So. Ja, das würde ich ja sagen. Das ist ziemlich geil. So, jetzt müssen wir noch hier ein bisschen was verkaufen. Und dann haben wir erstmal ein bisschen was zum Heilen. Wie ist denn mit der Zeit aus? Okay. Ja, ich würde jetzt gerne erstmal was verkaufen. Weil ich habe so wenig Inventarplatz. Ach, ich kann ja hier wieder. Okay.